Musik Ja, der eine oder andere wird es ja wissen, manchmal muss man aber auch alles alleine machen. Der Stabführer, der jetzt Strempel, der ist, so steht es auf der Internetseite, auch noch Vereinsvorsitzender, der ist Webmaster und noch dazu Übungsleiter der Marschtrummeln. Aber es ist ja bekannt, in vielen Vereinen ist das so. Man hat gut angefangen und war ganz lange Zeit in Partnerschaft mit einem Freizeitverein, ist mit denen durch dick und dünn gegangen und haben sich dann aber als Einstation verfahren zu Querfunk TV unter Startführung von Jens Strempel. Applaus 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 Mit Vielen Dank. 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 Vielen Dank.